Hallo und herzlich willkommen zur ersten Video-Podcast-Ausgabe auf insidehandy.de. Das Thema unserer heutigen Ausgabe ist der BlackBerry Storm, ein Touch-Smartphone, das in den vergangenen Wochen für viel Diskussionsstoff gesorgt hat. Jan Freinig hat sich den Storm näher angesehen und sich vor allem mit dem viel diskutierten Touchscreen auseinandergesetzt. Dass es so viele Diskussionen um den BlackBerry Storm gegeben hat, liegt tatsächlich an seinem Touchscreen. Dabei handelt es sich nicht nur um das erste Touchscreen-Modell aus dem Hause BlackBerry, sondern um das erste Smartphone überhaupt, das über ein nachgebendes Display verfügt. Wie man sieht, kann man das Display des Storm in alle vier Richtungen einige Millimeter verschieben. Die lockere Aufhängung ist allerdings kein Produktionsfehler, sondern ermöglicht eine völlig neuartige Eingabemethode. Ein leichtes Berühren wie bei anderen Touch-Modellen führt beim Storm nur zu einer Vorauswahl. Um diese dann zu bestätigen, muss man das Display relativ fest herunterdrücken. Die Eingabe über den nachgebenden Touchscreen ist zunächst sehr gewöhnungsbedürftig. Neue Nutzer empfinden dies häufig als negativ. Das Tipp meiner SMS oder einer E-Mail kann ziemlich aufhalten und ist eben gewöhnungsbedürftig. Nach einiger Zeit allerdings erkennt man, dass auch der nachgebende Touchscreen durchaus seine Vorteile hat. Ein richtiges Ärgernis ist leider, dass die Firmware des Storm zumindest in der ersten Version noch nicht völlig ausgereift war. Der Lagersensor reagiert etwas träge. Außerdem gehören spontane Systemabstürze und ein schlapper Akku zum Alltag. All diese Schwierigkeiten hat der Blackberry-Hersteller Research in Motion inzwischen per Update nachgebessert. Dass allerdings die Kunden der ersten Generation quasi als Beta-Tester herhalten mussten, hat den kanadischen Hersteller ziemlich viele Sympathien gekostet. Was Research in Motion erst bei Folgemodellen nachbessern kann, ist das fehlende WLAN-Modul. Vor allem wenn man nicht auf UMTS zurückgreifen kann, vermisst man diese bei anderen Smartphones selbstverständliche Funktion. Die Ladezeiten und der Bedienkomfort des Blackberry-Browsers haben leider im Test auch enttäuscht, sodass das mobile Internet, abgesehen von Mails und Downloads, den guten Gesamteindruck trübt. So, wir haben nun einen kurzen Überblick über den Blackberry Storm erhalten und mich würde noch interessieren, wie man den Storm denn im Vergleich zu anderen Top-Smartphones einordnen kann. Ja, es ist gar nicht so einfach. Zumal ich glaube, dass Research in Motion sich mit dem Storm tatsächlich ein wenig zwischen alle Stühle gesetzt hat. Der private Smartphone-Kunde ist ja eher auf der Suche nach intuitiver Bedienung und einem schicken Design und wird dann vielleicht doch eher zum Beispiel zu einem iPhone greifen. Während der Geschäftskunde, dadurch, dass er halt viel im Internet unterwegs ist und viel E-Mails schreibt, doch wohl eher Wert auf eine richtige Tastatur legen wird und auch dort eher zu den Modellen der Konkurrenz greifen würde. Es besteht nun auch massive Kritik an dem Touchscreen und der Firmware von Blackberry. Ja, wobei ich finde, dass man diese Kritik durchaus etwas relativieren muss. Es ist ganz klar, wenn man ein neues Bedienkonzept auf den Markt bringt, dann hat das am Anfang eben noch ein paar kleine Kinderkrankheiten, die in den nächsten ein, zwei Geräte-Generationen sicherlich ausgemerzt werden. Also die Kritik greift an der Stelle nicht ganz so. Viel kritischer möchte ich anmerken, dass der Blackberry-Store mit so einer frühen Version der Firmware auf den Markt gebracht wurde. Heißt also, dass all die, die sich auf das Gerät sehr gefreut haben und auf das Gerät gewartet haben, dass die als Beta-Tester missbraucht wurden. Da sehe ich die viel größeren Kritikpunkte. Hat Research in Motion nicht den Trend zum Touch-Smartphone ein wenig verpasst? Das glaube ich eher nicht. Wenn man sich auch andere Größen der Branche anschaut, ob das jetzt Sony Ericsson mit dem Xperia X1 gewesen ist oder selbst Weltmarktführer Nokia, die jetzt auch erst nach und nach richtige Touchscreen-Modelle auf den Markt schmeißen im Smartphone-Bereich. Also da ist Blackberry sicherlich noch eher einer der früheren Vertreter. Und da glaube ich nicht, dass man davon sprechen kann, dass sie den Trend verschlafen haben. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für das Gespräch und danke Ihnen fürs Zusehen bei der ersten Podcast-Ausgabe auf insidehandy.de. Und wir freuen uns sehr über Anregungen und Kritik zu unserem neuen Format und verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Vielen Dank. Vielen Dank.